Habt ihr mit dem Schilder? Ja, mit dem anderen normalen Schilder? Ja, mit dem anderen Schilder? Egal, weiter geht's. Jetzt gehen wir zum Haus der Wasserkönigin. Geben das Buch ab. Ach, das gibt's nicht. Na komm, greif nicht an. Wo ist der andere? Nur einer. Wir müssen mal nur zwei. Wo ist jetzt vier? Aber ja. Oh, komm her. Oh, shit. Er hat mir in die Raum gebracht. Wir schweine. Okay, muss nochmal. Komm mit. Komm. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Wollen wir auch in unserem Haus finden. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Ich bin verschwinden. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Komm. Oh, je nach, je nach Und weg, tschüss Aha, so ein Paket hat Wenn die so dumm sind ihren Angriff abzubrechen, nur weil sie ihn nicht mehr sehen Das ist ja nicht mein Problem 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 Die B*** Queen braucht keine Insolence Sprech an ICH Try to keep up Ja, genau Das ist ja auch bei dem Typen hier Wenn Fluch befreit wurde, mal vorbeigucken Okay I have nothing to value Please, let me be I have nothing to value Please, let me be Okay It shall be even bloodier than you I will listen For now Fuch bin ich nicht genauer, man Löscht eine Laterne, okay Das ist nicht Ah, hier ist es So funkeln im Klinge Da ist er Ich nehme noch Marekombone Es wird sogar noch blödiger als du Try to keep Achtet mich schon wieder Wo kommt die alle her, ey? Ach nee, das ist nur so ein Typ A, die sagten los Genau, die wird immer wieder Info, Scarlet ermordet, denn Herz und Eltern ist krank Ich bin die 50. Person oder so, die man jetzt gesagt hat Ha Ach, scheiße Was? Wo dürfen die Zwergen dann? Moment, zurück Da ist man, und da ist man Den Ogre ist lustig, den kann man auch von überzeugen, dass man nicht der Essinger sucht Noch eine Info-Skala zählen will Hm Warte mal, weil er hatte eine Info-Skala, die ich noch nicht hatte Die Tempel ist weit genug, ohne Sie auf mich zu beschäftigen Hm Wenn der Ogre halt nächstes Mal hier ist, dann gab ich mich auf jeden Fall an Hat er nämlich dann durch meine Charade durchbescheut Hm Ah, völlig sprecher Und das könnte ich schmeißen Oh Warte 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 Oh, ganz schön stark Oh, Xa Kreis Kacke Edwin könnte jetzt hier Leute angreifen Ja Okay, leider noch Ähm, geh mal vor Und auch auf jeden Fall eine Pension ziehen Ich mach mal Steckenwaffe Die ziehe ich mit Gift voll Was ist es, Nist? Stand back and watch this! Du bist so irritiert Wird schlecht mal ein Monster? Ja Den Kreischen, super Komm schon, ich schoss. Ich versuch mal wilde Mandi-Blindheit, wenn sie irgendwas passiert Keine Ahnung Du bist ein glückliches Mann, nicht wahr? Sprech und weg! Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Ich werde es in einem Mal versuchen Ja Geschafft Wie kann ich mit Unterstützung sein? Ich werde es in einem coolen Deutsch und einen coolen Kurzbogen bekommen Den kann ich mal wegschmeißen, oder? Das ist ein Giftdeutsch, deswegen möchte ich mir den auch nicht gekauft bei dem Schmied und ich habe es in einem geladen Oh ne, zum Beispiel so scheiße Das ist schade Sieht aus wie ein Giftdeutsch Ich hab mich da noch eine Identifizierungsspruch bekommen So, muss ich nur sagen, mach ich erstmal einen Cut Ich werde dann hier dann demnächst mal ruhen Und dann als nächstes werde ich wahrscheinlich den Eisendron stürmen Ich glaub das ist lustig Ja, dann sag ich mal Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal Tschüss